Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, es ist teilweise schockierend zu sehen, wie hier heute an der Lebenswirklichkeit vorbeigeredet wird. Auch im vorliegenden Bericht. Wir hatten in den vergangenen zehn Jahren 30 Prozent Preissteigerung bei Elektrizität, 50 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Wir haben Abschlagszahlungen mittlerweile, die 200 bis 600 Prozent höher sind als im letzten Jahr im Energiebereich. Das Problem der Teuerung, das war gerade hervorgebracht durch die vielgeleitete Energiewende, das war gerade hervorgebracht durch zu viel grüne Energie, die eben unsere Netze belastet, die eben flatter Strom bedeutet im Endeffekt. Und dieses Problem beheben wir jetzt gerade nicht dadurch, dass wir uns für noch mehr grüne Energie einsetzen. Deswegen meine Bitte und Aufforderung an Sie. Es sind nicht die Lobbys der Solarenergiefirmen, es sind nicht die Lobbys der Windenergiefirmen, die Sie hier gewählt haben. Es sind Leute zu Hause, Wähler, die ihre Wohnung heizen müssen, die ihre Kinder was am Herd zu essen kochen müssen und die sich schlicht und ergreifend darüber informieren wollen und schaffen wollen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Das sind die Leute, die Sie hergebracht haben. Setzen Sie sich für die ein.